Jawohl, Mahlzeitfreunde, ich grüße euch ganz herzlich hier bei mir in meiner kleinen und bescheidenen Spielelobby. Jawohl, ich bin immer noch der Tom und wir zocken heute mal Team Racing, äh ne, Team Sonic Racing auf der Xbox One. Das zocken wir jetzt mal an. Ich hatte eben schon die erste Aufnahme begonnen, aber leider gab es technische Probleme. Wie immer. Ähm, ja, ich hoffe, dass es jetzt soweit alles funktioniert. Äh, fangen wir einfach an. Ähm, ja, ich hab keine Ahnung, wie, was ich da so machen muss. Ich war noch nie zu guten Racing Games, aber ich denke mal, äh, dürfte man doch schon den Kriegen, ja, Wande. Haha, so. Wir nehmen den Tom und, äh, wir werden ganz einfach ein Team Abenteuer machen. Genau, wir machen Team Abenteuer. Aber ich hab nicht gepupst, das war der Stuhl. Nur mal kurz so angemerkter. Haha. So, das haben wir jetzt. Oh, 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 oh. Die Strecken sind fertig. Oh je. Ja, normal. Äh, ganz klar. Sonic. Ich hoffe, dass es nicht zu laut ist. Äh, auch so das Spiel. Hm. Naja. Wird schon irgendwie schief gehen. Gut. Ähm. Ich bin bereit. Willkommen beim Whisp-Parcours. Hallo. Dem ersten in einer Serie vom Teamrennen. Du sagst, der Sieger des Turniers darf seinen Wagen behalten? Klasse. Fast ein bisschen zu klasse. Irgendetwas an diesen Tanuki gibt mir ein schlechtes Gefühl. Tempotypfähigkeit. Druckwelle hin und her kommen wir um Geschosse zurück. Vorsprung gefährden können. Ja. Das sehe ich mal alles noch gar nicht, dass ich das alles kann. Okay. Erreiche einen hohen Rang und verdiene Punkte für dein Team. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt das Rennen. Okay. Sollten wir hinkriegen. Ja. Ich werde sowas von versemmeln. So. Ich will auch so ein... Rocket? Scheiße. Nichts getroffen. Aber wenn ich das knippern höre, dann denke ich immer mal einen alten Sega Mega Drive und Assonic gedabbelt. Das war mal herrlich. Was kriege ich? Was ist das? Bombe. Alles klar. Oh Steine. Nee. Ringe. oha ok sehr nice so wie ich das sehe sind wir platz 45 und schon scheiße und das kommt so was gibt es bombe völlig mal wieder daneben meins auch hier jetzt könnte ich noch eine bombe mal zünden hier warte mal kommt diese war ja er guckt ja war oder in einem gewicht 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 welchen ob man das macht fangen das macht schon auch wenn ich nicht so gut drin bin ich finde sieger megadrive wieder haben auch bombe jawohl chrom der chrome das hat kommen doch nicht so ganz blöd na wie man so mal gedacht hat uli machen wir weiter hier sehr gut das war schwierigkeit normal also sieger danke gut gemacht alle zusammen natürlich waren ein paar besser als die anderen und einige werden vielleicht nicht überleben also wenn du noch ein o anhängst klingst du bald genau wie dr egman sehr schön drei sterne oder machen wir doch mal weiter da kommt eine strecke eine strecke geht noch ja wir nehmen natürlich mal wieder normal und ganz klassisch anpassung kann ich denn was anpasst schon nehmen ich hab doch gar nichts ab dann noch nichts fahren wir mal dem ersten in einer serie vom team rennen du sagst der sieger des turniers darf seinen wagen behalten orange farben rakete kann von wänden abprallen mit querschliedern ok wahrscheinlich sowieso nicht hin jetzt habe ich jetzt eine neue strecke ausgewählt driften alles klar wie gesagt ich spiele blind da hat die strecke hat mir doch eben schon gab die ringe oh nein was ist das ja wörfel nein nicht ins grüne grüne und ein wörfel bleibt fünfter voll geschämt ist das rakete habe ich irgendwas getroffen lange schief 설ionar über ganze NORic oder 창 oder oder zu Krieg Welt Wär Plast läust ich vor ich bin erste und dafür da machen würfel und machen wir für ihr und wieder der erste leisen das überspringe ich einfach was so noch mal spielen da wird der wind nicht beenden gut gemacht alle zusammen natürlich waren ein paar besser als die anderen und einige werden vielleicht nicht überleben so hier auf würde ich mal sagen wir nehmen wir nehmen den ball ja wir haben ja leider ein ein fehl gemacht können wir uns nie machen habe ich bonus kiste dann haben wir eigentlich habe immer noch nichts zum modifizieren die auf was das voreinstellung habe ich noch nichts ok ich sag's euch leute an dieser ganzen aufmachung ist etwas faul wer taucht schon aus dem nichts auf und lässt einen haufen fremder in einem verrückten und gefährlichen rennen antreten ja genau das stinkt jungen freischaltest warum nicht jetzt schon das kriegt ihr schon raus die strecke sieht doch jetzt schon mal richtig geil aus die strecke sieht doch jetzt schon mal wieder richtig nice aus was ist denn du kannst objekte teammitglieder senden ich bin egoist keiner kriegt was von mir alles meins wie welche immer mitten im rennen im rennen ich hasse das wenn das aufpoppt online so steht da ist heute auch auf die kleine mini karte gucken wo es lang geht wo also ich bin wirklich nicht so doll ist was war das ja gar nicht nein ich vergesse das driften immer wünschen ja ja mega turbo ich sehe nichts ich bin frei letzte runde und zweiter ok ok ja was machst du denn da du na ich glaube das wird wohl nichts mit dem ersten ja super auch kommt schon leute ihr seid und heftige sache heftig 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 vierter dritter super ich bin erster ich bin ich bin es ist nicht wahr ist nicht wahr ich habe es noch geschafft ich habe es noch geschafft super gut ich denke mal fürs kurze angezogen reicht das erstmal ihr solltet die strecken ja selber anschauen wird wohl den mits noch mehr davon kommen mal schauen auf jeden fall werde ich jetzt erstmal ein bisschen üben ja ok danke fürs zuschauen liebe freunde und ja auch bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss